schönen guten morgen herzlich willkommen wieder mal hier auf meinem channel wir haben es aktuell 1 u1 der shop hat sich aktualisiert bevor wir starten unterstützt einen credit mit impact 82 würde ich mich freuen wenn ihr kostenlos support auch mal liken und abo lassen ansonsten bekommt ihr fußpilz so was hat sich getan festivalpaket haben wir hier mit dem wochen ende zwei stile für 1800 ok so die unglaublichen sind auch zurück ist aber soweit bekannt snoopy the godfather of rap haben wir schon den cadillac muss ich nur überlegen den 66er cadillac ob ich mir noch gönne so was hat sie noch getan hier ist alles im alten geblieben auch hier hat sich nichts getan im magnstein stil doch hier eine reihe ausgetauscht lila razer und dominatorin aus season one der ruby kann man die tage neu mit rein video to him ist alles beim gleichen auch hier nichts fishy jam songs festivalausrüstung und die sind eigentlich ganz cool aus muss ich sagen die phaser x2 muss ich auch modifizieren noch ein bisschen na gut 400 geht geht genau so auch an den paketen ist nichts passiert genau dann sind wir schon wieder durch wir freuen wenn ihr beim nächsten 1 shop wieder dabei seid ansonsten geht es heute abend wieder wie gewohnt weiter mit for the night live on stage das war's ich bin raus macht einen schönen tag dann möchtest du sehen ciao for now